Jetzt sind sie aber in action alle. Der kackt da hinten. So, ich muss ihnen immer wieder Küche weiterhelfen. So, Mama hat sie bequem gemacht jetzt. Wow, Schatz, deine Kinder. Sie sind auch schon durch den Tunnel gelaufen. Sie fangen auch schon langsam an. So, da gehen die Box rein. Schau, jetzt macht sie das freiwillig, siehst du? Mhm. Gelbe sucht immer sehr viel Körperkontakt. Das hat jetzt anscheinend wieder weh getan. Oder der Papa hat das Hündchen in der Küche geschnitten. Mhm. Jetzt kommt die...